Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Kurze Breaking News zu GTA 6. Tut mir leid, wenn das Video jetzt nicht so krass bearbeitet ist, denn ich nehme das gerade um 7.18 Uhr auf und muss gleich zur Arbeit fahren. Aber ich wollte das Video definitiv jetzt heute noch online stellen, ansonsten schaffe ich das nicht mehr, denn es gibt neue Informationen zu GTA 6. Ich habe es in den Videos oft erwähnt. Am 16. Mai ist die Pressekonferenz von Take-Two Interactive. Dort werden sie die Quartalszahlen offenlegen und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass Rockstar Games auch kurz vorher etwas zu GTA 6 droppt. Das haben sie in der Vergangenheit immer gemacht, dass wenn die Pressekonferenz von Take-Two stattfindet, kurz vorher haben sie immer etwas Neues zu den neuen Projekten veröffentlicht und das wird diesmal anscheinend genauso passieren, denn Rockstar Games bereitet sich vor. Ich habe in den letzten Videos erwähnt, dass Rockstar Games ihre Instagram-Seite komplett überarbeitet hat, dass sie sehr viele Fotos gelöscht haben und jetzt gibt es neue Quellen beziehungsweise in den IPs von Rockstar Games wurden neue GTA 6 Informationen gesichtet und Rockstar Games breitet sich vor. Es könnte soweit sein, dass wir nächste Woche oder übernächste Woche etwas zu GTA 6 sehen. Ich denke, nächste Woche ist es soweit, denn nächste Woche wird die Pressekonferenz stattfinden. Das heißt, Rockstar Games könnte den Trailer raushauen mit mehr Informationen zum Release, zum Vorbestellen, denn, wenn wir uns das hier mal anschauen, Rockstar Games hat neue Screenshots hochgeladen, die noch nicht online sind. Da hat auch zum Beispiel jemand geschrieben, Breaking News, Rockstar Games hat offenbar zahlreiche Erwähnungen von GTA 6 zu seiner IP hinzugefügt. Dazu gehören Erwähnungen von Screenshots, die als Bildschirme bezeichnet werden und sogar das Cover-Artwork. Und da haben sie noch ein Beispiel hinzugefügt. Also, die Ankündigung könnte sehr bald bevorstehen und es sieht sehr, sehr gut aus für uns, dass wir bald auch das vorbestellen können. Und was eine API, eine API ist eine Programmierschnittstelle, häufig nur kurz API genannt, ist ein Programmteil, der von einem Software-System andere Programme zur Anwendung an das System, ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es sieht so aus, als würden das Screenshots sein, die bezüglich GTA 6 sind und wir bekommen anscheinend bald neue Informationen. Ich bin heiß, ich hoffe, das wird nächste Woche passieren. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe sehr, das haben sie mit RDA 2 im Mai genauso gemacht, 2017, dass wir Screenshots bekommen haben und dann neue Informationen zum Release und so weiter und so fort. Deswegen bleibt dran, ich bleib dran. Wenn was Neues passiert, ich werde mich melden. Und bis dahin hören wir uns, euer MrSix. Abonnieren für mehr GTA 6 News und tschüss. Bis zum nächsten Mal.